Herzlich willkommen bei Sports & Medicine. Im letzten Video haben wir uns einige Studien zum Fettstoffwechseltraining angeschaut und festgestellt, dass einige Trainingsformen zwar einzelne Parameter verbessern, aber die Leistung dadurch nicht steigt. Heute würde ich euch eine Studie vorstellen, die zeigt, dass doch Leistungssteigerungen durch Fettstoffwechseltraining möglich sind. Auch letztes Mal hatten wir schon über Gründe gesprochen, warum keine Leistungssteigerung auftritt. Ein möglicher Grund war, dass die reduzierten Glykogenspeicher zu einer geringeren Trainingsintensität führen. Um dieses Manko zu beheben, wurde die Sleep-Low-Strategie entwickelt. Dabei führt der Sportler am Abend eine intensive Trainingseinheit mit vollen Glykogenspeichern durch und führt danach keine Kohlenhydrate zu. Die Nacht verbringt er dann mit leeren Glykogenspeichern und führt am nächsten Morgen eine niedrigintensive, längere Trainingseinheit mit vorentleerten Glykogenspeichern durch. Für die Studie, um die es hier geht, wurden 21 ambitionierte Triathleten mit einem Gesamttrainingsumfang von mehr als 10 Stunden in der Woche auf zwei Gruppen aufgeteilt. Beide Gruppen führten das gleiche Training durch. Das bestand aus abendlichen Intervalltrainings und morgendlichen extensiven Trainingseinheiten. Der einzige Unterschied zwischen den Gruppen war die Ernährung. Die Gesamtkohlenhydrataufnahme war in beiden Gruppen gleich, aber die Verteilung unterschied sich. In der Interventionsgruppe wurde zwischen den beiden Trainingseinheiten, also über Nacht, keine Kohlenhydrate zugeführt, während in der Kontrollgruppe alle Trainingseinheiten mit vollen Glykogenspeichern durchgeführt wurden. Nun gab es mehrere Tests, um den Trainingserfolg zu überprüfen. Einer sollte einen Triathlon-Wettkampf nachstellen und beinhaltete einen 10-Kilometer-Lauf auf Zeit, nachdem die Studienteilnehmer bereits 40 Minuten auf einem Fahrradergometer verbracht hatten. Die Sleep-Low-Gruppe konnte ihre Zeit dabei von 40 Minuten 23 auf 39 Minuten 10 verbessern. Das ist eine signifikante Verbesserung von 2,9%. Die Zeiten in der Kontrollgruppe veränderten sich nicht. In einem zweiten Test auf dem Fahrradergometer wurde die Energieeffizienz gemessen. Diese stieg in der Sleep-Low-Gruppe von 26,5 auf 29,6% an. Zudem sanken das Körpergewicht, der Körperfettanteil und die Kohlenhydratverbrennung. In der Kontrollgruppe gab es keine signifikanten Änderungen. Wenn euch noch mehr Details zum Studiendesign und zum Aufbau des Trainings in der Studie interessieren, dann schaut mal in meinem Blogartikel. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Wie sind diese Ergebnisse einzuordnen? Nun, dies ist meines Wissens die erste Studie, die eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit durch ein Training mit vollentleerten Glykogenspeichern zeigen konnte. Zudem verbesserte sich die Effizienz beim Radfahren und das Körpergewicht und der Körperfettanteil sanken. Fehlversprechend ist vor allem, dass diese Studie an bereits gut trainierten Ausdauersportlern durchgeführt wurde. Es ist also nicht alles Fettstoffwechseltraining für die Katz, man muss nur wissen, wie man es angeht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal und folgt uns auf Facebook, um nichts mehr zu verpassen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal und abonniert unseren Kanal und abonniert unseren Kanal und abonniert unseren Kanal. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal und abonniert unseren Kanal und abonniert unseren Kanal. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal und abonniert unseren Kanal und abonniert unseren Kanal und abonniert unseren Kanal. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal und abonniert unseren Kanal und abonniert unseren Kanal.